Sie sind Engländer? No, American. Oh, German, Berlin, Ernst Ludwig. Welcome to Germany, Mr. Brettschop. Alles klar. Schreib. Kapitel 1. Schriftsteller. Nur schau mal einmal. Ich danke euch, meine Kinder. Ich leise euch kurz aus, aber vergesst nicht, sie zurückzugehen, wenn ihr mit ihr fertig seid. Ich bin Sally, diese neuen Berlin. Emma! Warum bist du nach Berlin gekommen, um deinen Roman zu schreiben? Hast du einen Lenschen-Schreckwisch gefunden, was? Ich finde diese Stadt einfach faszinierend. Ich habe es so hektisch. Ein bisschen mehr Respekt. Ich habe letzte Nacht kein Auge zugemacht. Ich habe einen farbenhaften neuen Liebhaber. Weiß Gott, was die Nachtmann denkt, was passiert ist? Wenn wir jetzt einen Film währen, dann würden wir jetzt alle auf dem Vulkan tanzen. Auf diese Weise wird die Wahrheit sehr schnell herauskommen. Ich ziehe aus! Aus! Das ist meine Nacht!